Ich sitze auf der Stefan-Niggemeyer-Bank. Das erkennt man darin, dass hier immer eine sehr kritisch gelesene Bild-Zeitung rumliegt. Und natürlich darin, dass Stefan Niggemeyer nicht da ist, sondern da hinten sein Mittagessen verzehrt. Weswegen mir die ehrenvolle Aufgabe bekannt zu geben, dass wir heute in der Sendung etwas mit The Return of the Schrödi machen. Gerd Schröder ist wieder da. Die Wehrpflicht ist auch wieder da, weil niemand freiwillig zum Bund geht. Hessen ist ein Paralleluniversum, wo die Menschen sehr glücklich sind. Warum? Davon heute Abend mehr im Fernsehen. Und dann machen wir noch irgendwas mit Ohrschützern.